Die Kurschen dürfen sich dann auch dann einstellen. Alle sind reguliert der Wechselstatus. Machen Sie? Machen Sie? Machen Sie? Auf den Inklubgesicht durch. Machen Sie von hinten? Der kommt noch her. Wir haben noch das Hosenträger aufgetan. Wuuu! Jetzt haben wir die Hosenträger aufgetan. Sie ist verhackt, weil das eh noch beim Bockenlumpf. Das sind wir, gell? Ja, ja. Im Weichrufen machen wir heute eine Trieberfahrung. Das ist auch wirklich schon die 8. Bezirksmeisterschaft auf der 10-Meter-Schanze hier im Phoenix-Gottweil-Stadion. Wuuu! 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 ... ... ... ... ... ... Hopp, hopp, hopp! Jawohl! Bravo! Ja, bravo! Hey, Chao! Bei der Kapitänne, ja? Ja! Ja, und man hat den 5 cm. Aber da könnte noch ein Rutschen, gell? Du kannst Dchem was stets! Untertitelung des ZDF, 2020